Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Sleeping Dogs Hololola Lustiger Anfang Lustig Mal weitermachen nachdem wir das letzte Mal ein cooles Kung-Fu Date hatten und dann später irgendwie die Material Art Schule beendet haben jetzt habe ich irgendwie Bock meine Lady meine Ladies anzurufen Trenn ist ein Kerl und ein Mann das meine andere Bitch Gut Passt Wir haben eine Farbrede da Amanda fotografieren was denn noch alles Wir müssen wenigstens mit Stil ankommen bei ihr Sorry Ich werde es bezahlen ganz sicher Nein werde ich nicht Haha Wer hat es gesagt Ich will Turbo Geht nicht Scheiße Vorsicht Oh mein Gott es dauert ewig Wie lange brauche ich denn noch Hallo Nutze Ich habe leider keine Zeit für dich Später vielleicht Hä Drogenraziele Nein Was Was ist jetzt los Habt ihr Probleme oder was ist los Was war das jetzt gerade Toll Was auch immer Hä Ich habe irgendwie das schlechte Gefühl Ich habe irgendwas ganz wichtiges verpasst Ich habe irgendwie das Gefühl dass ich falsch war Oh mein Gott Los Was ist denn das hier alles Egal Wir flangen ein paar Leute zusammen Bevor wir hier zu unserem Date gehen Hey war das nicht da wo diese eine Bitch mich mal Mich abgelenkt hat Und dann hat ihr Freund mich irgendwie verprügelt Das war das doch Was ist hier Muss ich hier hin Scheint so Nichts oder doch Oh mein Gott Ja Kann ich die auch runterwerfen Oh das wäre cool Das wäre richtig cool Runter mit dir Ah geht nichts Schade Ja was Poser Ich sage nur Poser Na Machst du was Okay Und dann müsste hier Theoretisch was sein Wenn hier die Poser sind Naja ganz sicher doch Ähm Nein Hä Komm hier ist was Jetzt bin ich doch nur verarschen Nein hier ist Hier geht es nicht hoch Da muss doch was sein Ich habe doch nicht umsonst jetzt die ganzen Poser umgebracht Au Puh Keine Ahnung Na Glättest du da drüber Danke Ne Hier geht es auch nicht weiter Toll Jetzt bin ich irgendwo auf einem Dach Und habe wahrscheinlich Gleich einen Unfall Und sterbe Oh mein Gott Alter Habt ihr das gesehen Das war so Scheiße knapp Ja wo renne ich überhaupt hin Egal Das werdet ihr jetzt euch mit mir antun müssen Ich hätte das ist noch für irgendeine Mission gedacht Dieser Laufweg hier Na komm ich hier auch irgendwo mal wieder weg Scheint Nicht so Oh Hallo Habe ich euch nicht gerade eben verprügelt Nein hier sind andere Au Krass Warte die Fetten kann man glaube ich nicht in den Ventilator schieben Schade Rein mit dir Genau Oh man ich lose gerade ab Nein Alter Na das wird's Das wird's Befrei dich Alter Da konnte ich jetzt nichts sagen Oh oh Kacke Ich übersteh's nicht Weg hier Ich muss mir ein Leben abfüllen lassen Wir kommen die nicht her oder Nein Passt Dann hab ich wieder ein bisschen Leben und kann Na Habt ihr Angst Oder wollt ihr nicht Lädt es auf Oder träum ich nur Na komm Lade auf Scheiße Egal Komm dich hol mir uns Au Au Genickbruch Habt ihr das gesehen Wo ist der andere hin Wo ist der hin Läuft der weg Oder was ist los Nein Der ist nur dämlich Oh ich prügel dich in die nächste Dimension Bitch Hahaha Okay Was hat mir das jetzt gebracht Dämlich Okay ich muss hier irgendwie wieder runter ohne vielleicht zu sterben Scheißdreck Oh Moment da ist ne Treppe Nimm die Treppe Nimm die Treppe Spring nicht vom Gebäude Nimm die Treppe Aber ich will's doch so gerne Nein Nimm die Treppe Ah na gut Ja nur weil du's bist Zweites ich Okay Was ist das Polizeizeichen da vorne Moment Ah ne Komm Das mach ich irgendwann Irgendwann Drogenrazier Das ist ja wohl ein Scherz Danke fürs Aufpassen auf meinen Wagen Ich hätte der gefällt dir Okay Nachdem wir ein bisschen abgelenkt wurden Können wir jetzt weitermachen Ah Die Hier Die Leute hier kenn ich doch schon Die hab ich schon öfter verprügelt Hallo Leute Ha Meine besten Freunde Gut Wir haben sie nicht mehr weit Vorsicht Vorsicht Oh scheiß Bumper Oh Na gut der Wagen sieht noch Rise of Doom Ist das Dubstep Nein oder Ich weiß nicht Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben Was das für eine Musikrichtung ist Ich kenne mich mit den ganzen Elektroscheiß nicht so aus Nicht ganz so Wie mit der anderen Sache Wow London Was halten wir dieses Tüdel der Hölle aus Ja Wenn wir uns Werbung an Das ist besser Na haben wir es bald Ich kann ja nicht mehr weit entfernt sein Die Frau Echt eine Abkürzung nehmen können Ach scheiß auf Abkürzen Ja der Radiosender Der gefällt mir gut Der ist relativ cool Das ist in etwa meine Musikrichtung Fällt mir gut Muss ich mal rausfinden Was das für Was für Sänger da In diesem Radiosender Ihre Lieder präsentieren Damit ich das vielleicht mal Runterladen kann Weil bisher hat mir die Radiosender Sehr gut gefallen Ein paar Lieder Würde ich gern wiederhören Oh Hätte ich mich vielleicht besser anziehen sollen Arrivo Hey Amanda Du siehst frustrierend Was ist passiert? Es ist geöffnet Warum ist es geöffnet? Das Publikum ist nur auf den Wochenende Oh das klingt Ich wollte ein paar Bilder für meinen Blog Hm Lass mich sehen was ich kann Hä die Schule Was wollen wir in einer Schule Lernen? Aber es sind doch Sommerferien Oh ich war über die Geschichte Ja mit deinen Fotos Ja Ich habe das entschieden Es ist nicht ein bisschen zu früh Die Arme umeinander zu legen Wir kennen uns doch Erst seit gestern Okay Und Tschüss Das sieht gut Danke Ja Das ist wirklich gut Das ist wirklich gut Was ist das jetzt für eine Story beim Date? Soll jetzt den Wachmann zusammenschlagen? Keine Ahnung Hm Bestechung Okay Ja nicht wahr Hey Bling bling Können Sie mir ein paar Bilder für mich? Bitte Jo Jetzt rennen wir auch noch beim Date Hey das Diese Pose kennen wir doch Von dem bisschen soffnen Hm vor der Mülltonne Ja schön Würdest du zu allem sagen oder? Ich kann auch unter deinem Kleid fotografieren Und du würdest sagen Das ist schön Vielleicht hättest du auch recht So ein Wiedervor Irgendeinem Springbrunnen Das wäre ja uncool Oh nein Hier Nicht unbedingt Da ist ein Zaun im Weg Oh na gut Ein Fotograf Warum Fotografieren wir eigentlich Senkrecht Und dann ist das Bild waagerecht Oder irre ich mich da? Jo Oho Oho Was hat die denn jetzt grad rein? Na ja Das hat man mir echt auch schon mal öfters gesagt Ich bin mit dir zum Beispiel Ich kann mir nicht glauben Ich habe mich nicht selber gedacht Das ist nicht so Es ist nöblich Ich bin ein Charter Ich bin es Vielen Dank für die Zeit, um das zu machen. Ja, das ist okay. Also, was das ein... ein Date? Mir ist gut. Was denkst du? Ich meine... Ja, das ist toll. Dann, danke dir für die Date. Wunderbar. Hey, ich habe eine Idee. Oh, wirklich? Sag mir mehr. Gesundheitsschrein, Gesundheitsschrein, wo? Ich sehe keine Gesundheitsschreine auf meiner Minimap. Ich wurde angelogen. Wegpunktsätzen, Legende vielleicht. Moment hier. Kampftraining, Fahrzeugladen, Karaoke. Nee, toll. Ah, nein, Pickups. Oh, cool. Ja, passt. Dann weiß ich, ob ich es mache. Okay, machen wir jetzt mal wieder Bam Bam. Was? Bam Bam Club? Krass. Den haben wir ja vorher gezeigt, wisst ihr noch? Das waren noch Zeiten. Rein da. Die fette Karre, die übertrieben groß ist. Hatte wohl jemand was zu kompensieren. Rein, habe ich gesagt. Hallo? Der will nicht einsteigen. Oh. Ups. Oh, scheiße. Nein, das weiß ich gar nicht. Weg hier. Okay. Ah, ja, ja. Ja, ich verstehe. Ja, ja, ja. Ja, andere Radiosender. Verdammt, ist doch der. Muss ich mich auf was anderes einstimmen. Alter, wie fährt der? Deine Schuld. Boah. Was hat der? Okay, unfallfreie Vater. Der wird ihm ein Ruf zerstört, wenn ich das weitermache. Und zwar mein Ruf als schlechter Fahrer. Ich weiß genau, wie er mich alle nennt. Ich hab's gelesen. Nein. Boah geht mit mir nicht auf die Nerven. Ich hab's gelesen. Zack von hinten angebummst. Okay, der Radiosender ist aber auch nix. So, tschüss. Langweilig. Was ist das? Bongo trommeln? Nein, danke. Alter, ich muss hier auf den Radiosender achten. Ja, bla bla. Ha, das war jetzt aber extra. Das auch. Oh, Gegner. Da muss hier irgendwas sein. Alter, geht's noch? Oh nein, da war ich, glaube ich, schon mal. Dann passt's ja. Ja, übrigens in den Kleidungs-Shops war ich auch schon. Wie ihr wahrscheinlich wisst, da ich ja neue Kleidung habe. Aber ich kann noch nicht alles... Oh, soll ich das jetzt einsammeln? Ja, scheiß drauf, mach ich mal. Aber ich kann noch nicht alles einkaufen, weil ich da erst auf meine Stufe erhöhen muss. Und zwar diese Ansichtsstufe da. Keine Ahnung, wie das heißt nochmal. Jo, 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 jo. Hallo, Dame. So, weiter. Ja, den Rest suche ich dann später. Ist jetzt egal. Jetzt fahre ich erstmal an allem vorbei. Kann ich dir eigentlich nochmal anrufen? Nein. Ein, 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 ein maliges Date und das war's. Schade. Ja, auch geil. Alter, wie weit ist das noch entfernt? Ich fahre einfach mal direkt von einer Inselseite zur anderen. Ist doch scheiße. Inselseite. Hongkong. Scheiße. Jetzt offenbar sich meine geografische Schwäche. Aber ist ja, sieht ja auf der Map aus wie eine Insel, oder? Ist ja auch eine Insel hier. Auf jeden Fall in dem Spiel. Alter, was ist das mit diesen ganzen Drogen-Razzien? Hallo? Habt ihr noch alle an der Latte? Habt ihr überhaupt noch eine Latte? Das glaub ich wohl kaum. Nein, keine Drogen-Razzien. Was? Nein! Was ist denn jetzt? Warum verfolgt man mich? Na, vielen Dank auch. Egal, ich mach dir jetzt trotzdem kaputt. Auch wenn die wenigsten angezeigt werden. Wow. Scheiße, nein. Warum? Das sind doch Gangster da vorne. Ah. Fail. Verpiss dich. So. Wo ist's? Zurück. Ah, toll. Wo hab ich mich jetzt verfranst. Hä, was ist das andere? Drogen-Razzien. So ein Scheiß. Egal, jetzt machen wir noch die Mission. Egal, was passiert. Das Licht geht aus. Ich kriege ein bisschen Geld. Oh, sorry. Tja. Das habt ihr davon, dass ihr auf den Gebstag geht. Und wahrtjas? Ja, ich mach das auf den Gebstag geht. Oh, wenn du nicht sein, will ein Gebstag geht? Das호�geral? Das ist das. Ungehege! Oh, na. Oh, nein. Wir sind jetzt ja nicht. Ich kriege dich gut. Ich bekle diese! Ich kriege, wen die. Penny, mach ihm einen Grund. Ja. Ja, du wirst das machen. Jetzt muss ich aber brav fahren und keine Scheiße bauen. Wirklich keine. Ich muss sonst böse enden. Ach Scheiße, warum muss es hier so voll sein? Okay. Wahnsinn, ich habe keinen Umfeld gebaut. Essen? Ja, ich bin nur umverhunger und deswegen esse ich Eiscreme. Und zwar die schöne schwarze Lange. Nein. Nicht schon wieder falsche Gerüchte hier aufwerfen. So. Was ist mit dir? Überzeugen. Was denkst du, du machst? Ich habe eine Message von Dolgeyes. Willst du ihm erzählen, dass du mich wegsetzt? Oh, Leute. Oh, sorry, natürlich. Komm mal rein, Sir. Normal, Alter. Hä, jetzt habe ich gedacht, er will mich umarmen. Okay, das mit richtig gesundheitsfähig. Regeneration dauert aber nicht sehr lange an. Oh ja. Club-Leben. Penny ist im VIP-Bereich. Tatuiere ein Exempel. Okay. Ich würde jetzt gerne hier Scheiße bauen, aber das lasse ich lieber. Ah, stylisch. Wenn auch ein bisschen leer, finde ich. Aber schöne Aussichten. Ja, ja. So, machen wir mal weiter. Überzeugen. Was ist da passiert? Das ist einer der besten Karaoke-Räume in der Stadt. Karaoke. Ich bin sicher, dass wir etwas tun können. Wir arbeiten etwas mit der Hostess. Oh. Kann ich mir nicht aussuchen, welche animierte Dame? Oh, na gut. Na, wo ist sie denn? Da bist du. Hey, was ist dein Name? Nein. Ich bin Tiffany. Nice to meet you. Da bin ich mir sicher. Waischen. Du bist Karaoke-Hoster, oder? Kannst du mich in die VIP-Räume? Sure. Komm mit mir. Nein. Es ist aber ein bisschen früh. Du hast ein bisschen ein Axtend. Sind du hier aus? Ja, eigentlich. Aber ich war in den USA für lange Zeit. Oh, das ist so cool. Ich wollte immer gehen. So, äh, was ist Benni? Benni? Du meinst der Manager? Ja. Warte dich. Bleib mal stehen. Moment. Besser aussichten. Ach, geht nicht weiter runter. Warte dich, bleib mal stehen. Moment. Ach, geht nicht weiter runter. Hallo, Ladies. Oh nein, muss ich Karaoke singen? Ja. Das wollte ich euch nicht nochmal antun. Nicht nachdem ich in Saints Row the Third schon gesungen habe. Äh, was, äh, hell. Ich will nicht singen. Na gut. Lied wählen. Kenne ich alle nicht. Äh, geht eh nur eins. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hä? Moment, ach so. Ja, sag mal das vorhin vorher. Ich muss mich da noch drauf einstellen. Oh, kacke ist das scheiße. Ja, egal. Hoffentlich passt das so. Na, das wird schon passen, oder? Oder muss ich in den grünen Bereich? Oh, Mann, das ist echt ein krasses Reaktionsspiel hier. Ach, scheiß Dreck, kann ich nicht einfach selber singen? Das wäre jetzt sogar lieber. Scheiß Dreck. Okay, ich bin im grünen Bereich. Scheint zu klappen. 80 Prozent, obwohl ich so viel Scheiße gebaut habe. Wow, du bist eigentlich echt gut. Hör, ich mag es hier unten. Aber nach Hause bin ich etwas mehr. Du wärst die Person, die ich mit dem gesprochen habe, oder? Kann ich eine VIP-Rumme bekommen? Ja, natürlich. Es ist viel schöner da oben. Geht in die Lounge nach oben. Ich werde das Zimmer installieren. Okay. Oh, da hin. Ach so, nein. Ruhe. Ah, falsch. Ich kann nicht schlagen, schade. Bye, Wei. Bye. Ich bin schon im VIP-Bereich. Was solltet ihr denn? Ein Brolohausen. Oh, hey, hey, hey. Wer bist du denn? Ich schaue für Benny. Hey, Benny! Ja! Einige Leute hier, die du hier hast. Hey, hey, was können wir für dich machen? Ich habe einen Nachricht von einem alten Freund. Winston Chubb. W-w-w-Winston? Wie, der... Pimp, Mini-Mii. Ich denke, du sollst gehen. Er will, dass du wissen, dass die Dauge-Eyes nicht mehr dein Problem sind. Wenn du dir Probleme geben möchtest, lass Winston wissen, und ich will mich persönlich. Du hörst das, Mann. Geh die F*** aus hier! Es sieht gerade so aus, als würde der Luftdrinkende da hinten... Ah, hallo! Hallo, ich bin trainiert vom Meister Kung Fu, man. Was wollt ihr denn? Oh! Oh, 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 oh. Das will ich machen. Ah, scheiße! Was zur Hölle? Uh, Fisch auf ihm! Geil! Komm her! Nein, mein Fisch! Die brauche ich! Hahaha! Fische! Für jeden! Okay! Ah, normal, Alter! In die Luft treten und so. Reicht das noch irgendwo? Okay, daneben nicht. Hey, da ist ja nicht dieser Statuen! Hey, die könnte ich mir erholen! Wartet! Hey, lass mich kurz hinten! Cool! Hat er nicht je gesagt, dass irgendwelche Triaden-Aufschlächer das... Uh, Böse! Das geklaut haben. Hallo, Kusseln? Lieber nicht, du. Ich hab ne Freundin. Na! Oh cool! Ehm mit dem Fisch! Ah, verdammt! Du pflegst mir ja immer meinen Fisch aus der Hand. oder? Oh, Fisch-tastisch! In die Eier! In die Eier! In die Eier! So! Scheiß drauf! Das ist ein Auftritt! Das nenne ich einen scheißgeilen Auftritt! Oh Gott, der hat ein Messer! Fuck! Sie sehen, so ein fetter Riesenkerl! Oh oh! Der Messer kann gefährlich werden! Okay! Das Messer ist weg! Hol' ich mir! Au! 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 Böse! Hallo, wie oft muss ich denn euch noch nie durchstechen hier? Oh! Was ist das? Cool! Ja schon! Ah, Alter! Effekte pur! Uh, böse! 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 Au, man! Das muss wie jemand bezahlen! Ha! Ha! Auf der Toilette nach Benny suchen! Was macht der denn dort? Scheiß, ich vor Angst in die Hosen! Oder in die Toilette! Oh! Hallo! Wie aus der Toilette werfen! Wie soll ich die denn bitte rauswerfen? Oh, ich bin gespannt, ob ich hier jemanden noch säufen kann in der Toilette! Au! Scheiße, jetzt habe ich zu früh Scheiß-Kontam gedrückt! Oh ja, geil! Toiletten noch säufen! Oder auch nicht! Ja, geil! Oh! Schön in die Pisse rein! Ach! Ich schmeiß euch nicht raus aus der Toilette! Ich schmeiß euch rein! Komm schon her! Jeder will seinen Kopf in der Toilette haben! Komm her! Für dich gibt es sogar das Premium-Klo! Mit extra Scheiße drin! Hahaha! Ich habe nur deine ganzen Wachleute umgebracht, aber ich will dir nichts tun, weißt du! Und was über die Schmerzen? Das ist nicht dein Problem! Ich hoffe, du bist richtig! Für meine Sache! Kann ich jetzt gehen? Natürlich kann ich, Benny! Kopp-Punkte und Triaden- Warum habe ich eigentlich weniger Triaden-Erfahrung? Komisch! Tap! Zu den Upgrades! Ganz geil! Gut! Kontern sie Angriffe! Schlagresistenz der Spieler! Ja! Weniger Schaden! Angriff nach oben, wenn sie niedergeschlagen werden! Aha! Ja! Wer holt sich noch gescheitert? Ich will nur sehen, was da letztendlich alles rauskommt! Na ja! Schlag-Kombos! Schlag-Kombos! Schlagschaden-Bonus! Ja! Das ist cool! You're late. Conroy is still watching. He's got a real heart out. Is your cover compromised? Well, you haven't fished me out of the harbor yet. Alright, how are you doing? How am I doing? Fuck, Raymond, where do I start? There's a civil war brewing in the sun on Yi. Winston and Dog Eyes escalated practically every day. Don't you read my fucking reports? I mean you personally. How are you doing? Endlich jemand, mit dem ich reden kann. Your state of mind is important way. It's important to me, it's important to how you do your job. Fuck you, I do my job just fine. Scheiße? Sie übersetzen fuck you mit scheiße? Ernsthaft? Fickte deutsche Übersetzung. I know you have a personal stake here. But this cannot be a death. We're caught. You're a cop. I'm a undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You're an officer of the hallway. Same as me. We're not the same. You understand? We done? Yeah, we're done. We're not the same. Wir sind nicht gleich. Ja, tolle plumpe Übersetzung, sag ich nur. Ja. Das ist auch wieder das Tolle, wenn man alles eins zu eins übersetzt, ohne eigentlich den Wortlaut zu übersetzen. Seit wann haben wir Zeit, uns hinzulegen? So eine Scheiße. Na gut. Cool, hab ich neue Primärziele. die Jade-Statue zurückbringen. Hatte ich das nicht schon? Dann machen wir das vielleicht als nächstes. Aber das erst im nächsten Part. Ich bin euer RealShadow77. Bis dann. Und ciao. Und ciao. Und ciao.